In zwölf Sekunden durch den Taktik-Pakur. Enorm gut. Jetzt geht's ins Hochgebirge. Das ist etwas, was er gerne mag. Ich glaub, er wird da vorne in der Tabelle. Neue Bestzeit im Blick. Natürlich. Er ist sich seiner Sache sehr sicher. Er ist sich sehr sicher. Er ist sich sehr sicher. Kann er auch sagen. Das sieht wirklich super wehen aus. Oh, Junge, 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 du. Das ist ein einziger Triumphzug über den Hochparcours. Die fliegende Treppe. Ein Endgegner. Nein, nicht für Lukas. Weiter geht's. Weiter geht's. Keine Flüchtigkeitsfehler mehr. Lukas in neuer Bestzeit. 56,31. Yes. Das perfekte Wort zum Run. Glückwunsch. 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 Es sah so aus, als könnte dir dieser Parcours nichts anhaben. Hier mal ein Ahoychen. Da mal ein Hallöchen. Ja, das war schon frech. Wenn man so finischt, kann man auch frecher zwischendurch. Ein super Tick. Bestzeit. Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale. Das war überragend. Sehr gut, sehr gut. Das war's. Wir haben noch einige zu verabschieden. Das war's.